Anja Billn, Ecker auf der Elf, dann die Beideckigen aus Auf der Zwölf, Meindl, Krastl, Kai, Hosse und Ecker, Neufecht, das sind hier die Top 15. Wir kommen zur Neun, wenn ich es richtig verstanden habe, zu Hermann Gastner, Ursula Mayrhofer im Toyota GT86, der Mann, der der jüngste Deutsche Rallyemeister aller Zeiten bisher gewesen ist. Hier mit dem Heck angetriebenen GT86, natürlich seine Probleme hat mit der Traktion. Das hat sich ja alles technisch nicht ganz so sauber und so toll und so top angehört. Möglicherweise ist er da schon in Problemen zu Beginn der Rallye. Kraftübertragung, Getriebe, irgendetwas hat er vielleicht nicht mehr mitgespielt, war der Belastung nicht mehr imstande entgegenzuwirken. Begrenzer probiert. Ja, Rückrufaktion. Begrenzer zu schlechter angestellt. Feierabend. Sind oben stehen geblieben, noch vor dem DK Stopp. So wird...